In diesem Video zeigen wir, wie man die Determinante einer beliebigen N-Kreuz-N-Matrix durch die sogenannte Entwicklung nach Laplace bestimmen kann. Wir betrachten dazu einmal folgende Determinante. Und diese Determinante wollen wir bestimmen mit Hilfe der Entwicklung nach Laplace. Und das können wir machen durch Entwicklung nach Zeile oder Spalte. Die Zeile oder Spalte können wir frei wählen. Denn was besonders gut ist, ist, wenn die Zeile bzw. Spalte besonders viele Nullen enthält. Zum Beispiel diese Zeile hier enthält zwei Nullen. Das ist schon relativ gut. Wir werden gleich sofort sehen, warum das gut ist. Das heißt, was wir machen werden, ist, wir werden nach dieser Zeile einmal entwickeln. Und die Idee ist jetzt, dass wir zuerst, ich schreibe mal gleicher Zeichen hin, Wir nehmen jetzt den Eintrag nacheinander, der hier steht. Also erst den, dann den, dann den, dann den. Also erst mal den, diesen Eintrag. Dieser Eintrag, den schreiben wir hin. Das ist also die Null. Und jetzt kommt da noch ein Vorzeichen vor. Und dieses Vorzeichen bekommt man durch ein Schachbrettmuster. Und dieses Schachbrettmuster habe ich hier mal als Erinnerungsstütze oben dran geschrieben. Wir haben den Eintrag genommen an dieser Position. Zweite Zeile, erste Spalte. Zweite Zeile, erste Spalte steht ein Minus. Und deswegen schreiben wir hier ein Minus davor. Und jetzt ist das das gleiche wie das mal der Determinante, die man erhält, wenn man in dieser Matrix diese Zeile streicht und diese Spalte streicht. Das ist dann also die Determinante Minus 2, 1, Minus 1, Minus 3, 2, 0 und 0, 1, Minus 1. So, an der Stelle sieht man schon, warum das so praktisch ist, eine Zeile oder Spalte mit besonders vielen Nullen zu haben. Weil wir jetzt hier den Faktor 0 vorstehen haben, ist völlig egal, was für einen Wert diese Determinante hat. Dieses Produkt wird auf jeden Fall 0 sein. Gut, jetzt gehen wir weiter in der Matrix. Betrachten also den nächsten Eintrag. Das ist praktischerweise wieder eine 0. Also das ist wieder plus 0. Und jetzt streichen wir die nächste Spalte. und bestimmen die entsprechende Matrix, die man durch Streichung der Zeilen Spalte erhält. Das ist also, beziehungsweise die Determinante. Das ist also 1, 2, Minus 1, 1, 2, 1, Minus 1, 0, Minus 1. Es geht wieder einen Eintrag weiter. Hier ist das Vorzeichen wieder negativ. Wir müssen immer dem Schachbrettmuster hier folgen. Wir hatten zuerst das Minus als Vorzeichen, dann hier das Plus. Und jetzt wieder ein Minus. Also das ist Minus 3. 3, das ist der Eintrag, der hier an der Stelle steht. Also diese 3 hier, das ist diese 3. Und wir streichen an der Stelle jetzt die dritte Spalte. Und schreiben die Matrix hin, die entsteht, beziehungsweise die Determinante hin, die entsteht nach der Streichung. Also das ist 1, 2, Minus 1, Minus 2, Minus 3, 0, Minus 1, 0, 1. Und wir gehen einen Eintrag weiter. Wir haben hier die Minus 2. Die Minus 2 hat ein positives Vorzeichen. Das heißt, die bleibt als Minus 2 erhalten. Das heißt, das ist Minus 2 mal der Matrix, die man erhält durch Streichung entsprechend dieser Spalte. Und das ist Determinante von 1, 2, Minus 1, Minus 2, Minus 3, 0, 1, 2, 1. Und wir können das jetzt direkt vereinfachen. Die ersten beiden Ausdrücke hier, der hier und der hier sind 0. Das heißt, die fallen weg. Das bleibt also übrig. Das ist gleich Minus 3 mal. Und jetzt ist die Frage, was ist die Determinante dieser 3 Kreuz 3 Matrix hier? Und die kann man zum Beispiel mit Hilfe der Regel von Sarus bestimmen. Und wenn man das macht, kommt der Wert 2 raus. Also das ist Minus 3 mal 2. Und ganz entsprechend geht das weiter. Das ist Minus 2 mal. Und jetzt brauchen wir die Determinante von dieser Matrix. Auch das kann man wieder mit der Regel von Sarus bestimmen. Und wenn Sie das machen, kommt da ebenfalls 2 raus. Also, wir haben als Ergebnis Minus 3 mal 2 sind Minus 6. Minus 6 minus 4 ist Minus 10. Und das ist die Determinante nach der Entwicklung. Die Entwicklung nach der zweiten Zeile war aber nicht die einzige Möglichkeit. Wir können natürlich auch nach jeder anderen Zeile entwickeln. Wir können aber auch nach einer Spalte entwickeln. Auch das gucken wir noch einmal an. Und auch da wählen wir wieder eine Spalte aus, die besonders viele Nullen enthält. Und das ist die zweite Spalte. Und sonst, das Vorgehen genau wie sonst. Wir nehmen den Eintrag. Den ersten Eintrag, der hier steht, diesen Minus 2. Wir beachten das Vorzeichen nach diesem Schachbrettmuster. Da ist es ein Minus. Das heißt, wir schreiben hier Minus 2 hat aber ein negatives Vorzeichen. Ich schreibe das mal in zwei Schritten hin. Das ist also Minus 2 mal. Und jetzt der Determinante, der Matrix, die man dadurch erhält, dass man die entsprechende Zeile streicht. Das ist also dann die Determinante 0, 2, minus 1, 3, 2, 1, minus 2, 0, minus 1. Wir machen weiter mit dem nächsten Eintrag. Der nächste Eintrag hier ist 0. Das heißt, den können wir eigentlich direkt weglassen. Deswegen schreibe ich den jetzt auch nicht nochmal auf, weil das ist 0 mal irgendein Determinante. Ist egal, ist an der Stelle 0. Wir machen weiter mit dem nächsten Eintrag. Das ist Minus 3. Wir gucken wieder das Vorzeichen an, an der Stelle. Dieses Vorzeichen ist negativ. Das ist also wieder Minus, Minus 3. Mal der Determinante, die man erhält, wenn man die entsprechende Zeile und Spalte weglässt. Also, 1, 0, minus 1, 1, 3, 1, minus 1, minus 2, minus 1. Und was wir jetzt bestimmen müssen, im nächsten Schritt sind die Determinanten dieser beiden Matrizen. Das wiederum kann man wieder mit der Regel von Sarus machen. Und wenn wir das machen, ist das Minus 2 mal Minus 2 mal. Und die Determinante dieser Matrix, wenn Sie die bestimmen, ist Minus 2. Und das andere ist Minus, Minus 3. Und die Determinante der rechten Streichungsmatrix, dieser Matrix hier, ist ebenfalls Minus 2. Ist also ebenfalls Minus 2. Und dann müssen wir nur noch ausrechnen. Das ist Minus 2 mal Minus 2 ist 4. Ist also Minus 4. Und Minus 3 mal Minus 2 ist plus 6. Also in dem Falle Minus 6. Und das ist Minus 10. Und das ist der gleiche Wert, den wir erhalten haben, durch die Entwicklung nach der Zeile, nach der zweiten Zeile. Und die Entwicklung nach der zweiten Spalte liefert logischerweise den gleichen Wert, weil es bei der Entwicklung nach Laplace egal ist, nach welcher Zeile oder Spalte man entwickelt.